Alter, das geht ja jetzt hier wie das Brezebacken. Klaus, geht schon los? Jo, ich komm. Im Durms, schon wieder nur im Durms unterwegs. Oh hier. Oh. 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 Oh, ich bin jetzt hier. Was? Die Busse waren doch hier unten im Keller, oder? Einer draußen und zwei hier im Keller. Keine Ahnung. Bei C, A, B, C. Was suchst du denn für Busse? Gelbe? Ja, auf dem Bild war ein gelber Bus, ja. Hier vorne ist ein gelber, ne? Wo? Hier vorne links. Achso, ne, ne, so kleine Transporter, so kleine, wie sagt man, Kleintransporter. So, wie? Ja. Wir müssen zu C. Aber ich hab immer noch keine Ahnung, hier unten in diesem scheiß Keller komme ich einfach noch nicht zurecht. Aber das nicht. Boah! 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 Noch einer. Achso, du brauchst sie ja. Sag was, ich knall sie ja alle weg. Ah, ich bin bei C. Oh ja, komm was? Hier sind Spieler, Klaus. Ah ja, bei mir sind die源. Laufstuh! 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 wo bist du neben der granate habe ich gelegen Scheiße Ah, was war denn das? Na klar Oh nein, Klaus, es ist schon wieder dieses Drecks Event Ja, ich hab keinen Bock mehr da drauf Alter, leck mich doch am Arsch Da kam da bestimmt ein Skeff runter, die Rampe und hat mir gleich wieder einen reingepretzelt Das ist doch Scheiße, Mann Willst du dich mit einem Spieler beschießen? Achso, hat meine Waffe jetzt wieder noch nicht funktioniert? So ein Mist, Alter Ich hab keinen Bock auf dieses Scheiße Event, Alter Vor allem, du kannst ja nichts machen So ein Mensch denn? So ein Mensch, Alter Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Meine Bodyarmung komplett runtergeschossen Völlig sinnlos Schlauze! 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 Nee, wo ist denn dieses blöde Exit? Ah, ja. Glaub ich zumindest. Nee, auch nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Da war doch dieses Loch in der Wand. Da muss das sein, aber wo ist das? Ich komme in dem Scheißgeller nicht klar, Leute. Ich drehe ja noch durch. Jedes Mal das gleiche Theater. Aber das war von dem einen nicht so weit weg, aber da war ja hinten schon die runtergebrochene Wand und da war das nicht. Ritual Success. Was heißt denn das? Wenn das Ritual füllt, schlägt oder so, dann sterben alle auf der Map. Echt? Mhm. Ja, für mich war es das. Ist auf jeder Map jetzt so gerade. Muss man da eigentlich irgendwas machen, damit das Ritual sich erfüllt? Ich komme da nicht hinter. Und wie lange geht das jetzt so? Ist das Mittwoch auch noch so oder ist das jetzt hier nur heute? Ich hoffe nur heute. So, den habe ich dort markiert. Ritual beendet am Arsch, Junge. Die sind immer noch hier auf Zorn. Also, die sind wie die geisteskranken, Klaus. Ich bin vollständig durch den Wind. Ich bin vollständig durch den Wind. Also der mich gekillt hat, war ein Spieler. Sie wollen mich pushen. Muss man bestimmt hier irgendeine Anzahl von Scaps erschießen. Halloween ist ja morgen. Ja, stimmt eigentlich. Da wird es bestimmt noch bis Mittwoch geben. Schreiber! Wir haben uns gebetet. Wir haben uns gebetet. Das ist so schrecklich. Wir haben uns gebetet. Wir haben uns gebetet. Aber ich muss mal langsam hier das Weide suchen. Bevor man die Munition ausgeht hier. Ja, vor allem sie wollen dich raus egeln aus seiner Ecke. Ja, das auf jeden Fall, Lexi. Das ist der reine Irrsinn hier. Du wirst ja nicht glücklich. Du wirst ja nicht glücklich. Das ist der reine Irrsinn. Das ist der reine Irrsinn. Das ist der reine Irrsinn. Die Räume sind so klein. Das ist der reine Irrsinn. Oh, was ist denn jetzt der Mist, Baff und Fehlfunktion? Das läuft mir jetzt wieder nach, Junge. Was? Was ist denn das? Oh, nee, er kommt schon wieder. Ach, Alter, leckt mich doch am Arsch, ihr Idioten. Ich habe gar keinen gesehen. Das habe ich doch gesagt. Ich bin einfach jetzt so dumm gefallen. Alter, und dann habe ich einen wegrennen sehen. Ich habe gar keinen gesehen. Dieses Idiotenschwein. Oh, hier, Elfs, Gefs, die brauchte ich gar nicht. Was? Hä, mich hat was erschossen mit einer M8, also mit M80. Das ist, nee, macht gar keinen Sinn. Gar kein Schuss. Gehör. Das ist, nee, gut. Das ist, nee. Wah,ja. Bis zum nächsten Mal.